Es läuft, läuft. Das ist sehr niedlich. Geht ganz schön ab, ne? Ja? Ja, Mann. Wir müssen jetzt auf den größeren Bogen fahren. Guck mal, jetzt schiebt er richtig, wir sind gerade ausgescheuert. Wir müssen jetzt auf den Bogen fahren. Wann ist das auf den Bogen? Das war's. Die Bogen fahren. Die Bogen fahren. Die Bogen fahren. Und man muss tatsächlich sich dazu zwingen, nur Halbdampf zu fahren. Das ist natürlich jetzt halb offen. Ja, das ist so eine kleine Puppe. Ich meine, ja, jetzt kann ich fast nicht mehr passieren. Die gehen dann. Jetzt hat er voll offen. Da geht er wieder ins Bild kommen. Da geht er wieder ins Bild. Das ist ein Spielzeug, ne? Ja. Das ist der Erwachsene. Ja, genau.